Ich wünsche mir für das House of Wahn, dass es ein wirklicher Ort der Begegnung ist, der interreligiösen Begegnung, der interkulturellen, der Begegnung von Berlinerinnen und Berlinern, von Berlinern und denen, die uns in dieser Stadt besuchen, dass es ein Top-Magnet ist, von dem man berichtet, den man gesehen haben muss, wie es in Neudeutsch heißt, ein Place to be. und der Ke der Begegnung Motivaciones 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 Vielen Dank.